Verehrte Kunden, ich präsentiere Ihnen heute unseren Golf 6 1.6 TDI in schwarz, metallic, aus erster Hand, lückenlos, checkheft gepflegt beim VW-Vertragshändler, original 43.000 km, unfallfrei. Der Wagen hat Allwetterreifen, Tagfahrlicht, ESP, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, eine sehr ansprechende Innenausstattung. Wir schauen auch noch mal in den Kofferraum mit Laderaum, Rollo und Trennnetz. Für etwaige Fragen können Sie uns gerne anrufen. Vielen Dank!